Viktor Stehmann ist tot. Nachdem der Motorradrennfahrer am vergangenen Wochenende in einen Sturz auf der Rennstrecke verwickelt war, erlag er nun seinen Verletzungen. Er wurde nur 22 Jahre alt. Viktor Stehmann, 2000 bis 2022, ist tot. Der aufstrebende Motorradrennfahrer erlag mit nur 22 Jahren schwerwiegenden Verletzungen, die er sich bei einem Sturz am Samstag in der Supersport 300 WM zugezogen hatte. Das gab die Familie des Niederländers in einem vom WSBK-Promoter Dorna verbreiteten Statement bekannt. Etwas, wovor man sich als Eltern eines Motorradrennfahrers immer fürchtete, ist nun eingetreten. Unser Viktor konnte dieses letzte Rennen nicht gewinnen, heißt es darin. Trotz des unerträglichen Verlustes und der Tee.